Hallo Leute, heute gibt es das versprochene Video zum Thema StoreJ-Update-Festplatte-Vermieten-Update. Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum und schauen uns das Ganze mal am PC an. So, dann schauen wir uns erstmal die veränderte GUI an. Ja, was hat sich hier grundlegend verändert? Ganz wichtig, die Frage kam nämlich sehr oft. Wir können pro Kern nur noch einen Farmer starten, deswegen, weil ich hier vier Kerne, acht Threads habe. Ja, Threads zählen auch dazu, dementsprechend habe ich hier von 0 bis 7 insgesamt also acht unterschiedliche Farmer. Ja, früher hatte ich euch ja gesagt, macht so viele es geht, weil umso schneller füllen die sich. Das war auch damals so, heutzutage ist das grundlegend anders, ja. Ja, also möglichst wenig nur noch machen. Ich habe jetzt hier die noch von meinem alten StoreJ-Programm hier noch so ein paar alte übernommen, deswegen habe ich noch acht. Ansonsten hätte ich die jetzt auch nicht mehr. Ja, also ganz wichtig, maximal nur noch so viele Farmer, wie ihr Threads habt, ja. Speicher habe ich auch hier ordentlich dazu bekommen, wie ihr sehen könnt, aber es gab ja eine Zeit lang echt große Probleme da, weil die das ja alles auf den neuen Ethereum-Token umgestellt haben und deswegen kam auch lange kein Update-Video zu dem Thema und deswegen habe ich hier noch nicht so viel, wie ich eigentlich gehabt hätte. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Ich werde euch in dem Video auch verraten, wie ihr euren eigenen Farmer anpassen könnt, sodass ihr eure Festplatte schneller füllen könnt, aber dazu komme ich jetzt später im Video. Erstmal will ich zeigen, wie weit ich so gekommen bin. Ja, Offers ist auch wieder da, beziehungsweise damals hieß das Contracts. Daran könnt ihr jetzt feststellen, ob eure Node gescheit läuft und wie viel hier auch ankommt von diesen Offers, die hier gestellt werden. Je höher der Wert, umso besser. Delta ist auch noch so eine ganz wichtige Sache, wie lange braucht ihr, um zu reagieren, ganz egal, ob das negativ oder positiv ist. Dann habe ich mich ein bisschen um die Ports gekümmert. Dadurch konnte ich das Ganze auch optimieren, wie ihr das könnt. Und wie gesagt, dann etwas später im Video. Erstmal wollen wir uns noch was anderes anschauen. Und zwar habe ich das Ganze auch mal auf einem Server installiert, um mal zu schauen, was es so bringt. Den schauen wir uns jetzt hier mal an. Das ist der Server. Wenn ihr wissen wollt, wo ich den gemietet habe, ich werde es mal in die Beschreibung packen. Ob sich das lohnt, kann ich euch noch nicht sagen, weil durch die Umstellung hatte ich bisher noch überhaupt gar keine Auszahlung. Aber ich will euch schon mal zeigen, wie voll die Festplatte von diesem Server eigentlich ist. Ich habe übrigens wirklich lange gesucht, weil die meisten Server haben eine sehr, sehr kleine Festplatte. Und die war für das Geld so ziemlich die größte, die ich kriegen konnte. Wenn ihr was Besseres findet, dann schreibt es ja mal in die Kommentare. So, schauen wir mal. StoreJ-Status, ja. Dann sehen wir hier, die ist mit 82,4 GB schon gefüllt. Also die ist schon weitaus mehr gefüllt, als meine ganzen anderen Festplatten auf dem PC. Einfach weil sie 24,7 läuft. Hat auch hier schon eine Uptime von 25 Tagen und 3 Stunden. Wir haben ja auch schon 340.000 Contracts und Delta ist auch immer in so einem Bereich, wo man sagen kann, das wird man zu Hause vermutlich nicht hinkriegen, weil die Leitungen dort einfach viel, viel schneller sind. Ob sich das lohnt, kann ich euch wirklich überhaupt noch gar nicht sagen. Ich werde jetzt hier keine pauschale Aussage treffen. Aber so viel dazu, der Serverpreis ist im niedrigen oder mittleren einstelligen Bereich. Also wir sind noch nicht mal zweistellig im Monat, aber trotzdem kann ich das noch nicht so gut abschätzen, ob sich das lohnen wird. Dazu wird es dann wahrscheinlich nochmal ein Update-Video geben. Wie ihr das Ganze einrichtet, dazu kommen wir jetzt. Hier. Da gibt es nämlich einen Guide direkt von den Machern von StoreJ verfasst hier. Ihr seht schon, hier sind ganz, ganz viele Seiten hier bis Seite 44. Aber es ist wirklich sehr ausführlich und alles bebildert. Bevor ich das jetzt hier in einem halben Stunde Video mache, werde ich euch das auf jeden Fall mal verlinken, damit ihr das jetzt hier genauso machen könnt. Ich kann euch sagen, es hilft auf jeden Fall. Es hat mir auch geholfen, beispielsweise die Windows-Zeit hier auch mal zu synchronisieren. Dadurch könnt ihr diese Zeit hier einfach fast gegen Null machen, wenn eure Internetleitung denn schnell genug ist. Also das bringt es auf jeden Fall. Ansonsten stehen hier noch weitere Einrichtungstipps, wie das auch mit den Ports aussieht. Ich habe jetzt nicht die beste Port-Methode eingestellt. Es geht noch besser, aber das wäre mir dann mit dünnen DNS und so weiter, das wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Dementsprechend bin ich da so einen Mittelweg gegangen und habe das jetzt nur optimiert, nicht perfekt gemacht. Ihr könnt es auch perfekt machen. Dann füllt sich das Ganze natürlich noch mal deutlich schneller. Hier steht auch der Guide für das Comment-Interface drin. Wenn ihr das auf so einem Server ohne grafisches Interface laufen lassen wollt, steht auch hier der Guide dazu drin, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Ansonsten, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar oder auf meine Facebook-Seite. Ich helfe euch da auch sehr gerne. Ja, das Ganze geht natürlich auch auf einer Raspberry Pi. Mal gucken, ob ich das auch noch zeige, je nachdem, wie viel Interesse da dran besteht. Weil da kann man dann externe Festplatten über USB an die Raspberry Pi anschließen und die dann auch zu einem StoreJ Farmer machen. Ja, ich will euch aber noch ganz kurz zeigen, ja, hier gibt es wie gesagt dieses Programm, das habe ich auch, ja, aus dieser Anleitung, wie ihr die Zeit erstmal von Windows besser synchronisieren könnt, sodass das eher passt. Das steht relativ weit oben, darauf werde ich jetzt groß nicht eingehen. Aber wie ihr schon mal wenigstens diese Ports hier anpassen könnt, dass die alle über Universal Plug & Play laufen, sodass ihr auf jeden Fall schon mal den Speicher schneller vollkriegt, als wenn ihr das alles tunneln müsstet. Ja, also wenn ihr eine Fritzbox habt, ist es wirklich einfach. Ihr geht auf Internet, auf Freigaben, dann habe ich hier meinen PC ausgewählt mit der passenden IP-Adresse und habe mir hier Freigaben für diese Ports erstellt. Die Ports kann man, wenn man die Farmer erstellt, freigeben oder wenn man hier auf Edit geht, kann man hier bei RPC-Port, kann man den Port einstellen. Ich habe jetzt Port 4000 bis 4010. Wie ihr sehen könnt, das sind alle in diesem Bereich 4000 bis 4010. Habe ich hier eingerichtet. Zusätzlich habe ich meinem PC erlaubt, dass er selbstständig Portfreigaben für dieses Gerät erstellen darf. Was heißt das eigentlich? Also selbst wenn ich jetzt hier einen ganz, ganz anderen Port hätte, könnte mein PC automatisch in meinem Router einen Port dafür freigeben, sodass das nicht über einen Tunnel laufen müsste. Dadurch kriegt ihr auf jeden Fall den Speicher schon mal schneller voll. Wenn ihr das zusätzlich mit der Zeit anpasst, dann habt ihr das eigentlich schon annähernd perfekt gemacht und das Ganze kostet euch vielleicht, ja sagen wir mal 5 bis 10 Minuten. Wenn ihr das Ganze dann noch mit dünnen DNS, also mit einer statischen IP das irgendwie versucht, dann kriegt ihr zwar noch schneller voll, aber ich würde mal schätzen, das dauert mindestens 3 bis 4 Stunden. Vielleicht Leute, die das schon ein bisschen öfter gemacht haben, kriegen das schneller hin, aber ich habe mir gesagt, das reicht mir jetzt so, ja. Ja, sollten sonst noch Fragen offen geblieben sein, wie gesagt, immer in die Kommentare und dann sind wir soweit erstmal mit StoreJ fertig. Wenn ihr ein weiteres Update-Video haben wollt, weil ihr noch so viele Fragen habt, dass ich die gar nicht alle beantworten kann, dann, wie gesagt, Kommentar und dann werde ich das dann demnächst auch wieder in Angriff nehmen. Soweit für diesen Sonntag. Ja Leute, das war es soweit, wieder mit dem Video für diesen Sonntag. Wie immer gibt es nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder das nächste Krypto-Video. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sofern euch das Video gefallen hat und sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid, dürft ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Sonntag, bis dann Leute, ciao! Bis dann!